Okay Männer, zuhören. 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass ihr gleich explodiert. 25.000! Die beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gebt, dass ihr ein Feuerwerk abwackelt. Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, bei euren Kindern, bei euren Freundinnen abladen. Alles, alles was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer für euch da, immer, immer, jeden Tag sind die zu Hause. Und heute sind sie auf der Tribüne und beten genauso zu Gott, wie die anderen auch, dass ihr heute ein Feuerwerk abwackelt. Und deswegen ist Katrin drin und ist das im Video auch. Weil sie das jetzt gleich, vor dem Spiel, euren Frauen schickt. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen hier leisten, ableisten, dass ihr für eure Familie alles gebt, alles gebt. In den 90 Minuten, für eure Familie, für eure Kinder, werdet ihr jetzt da draußen ankern, von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Versprecht ihr mir das. Auf geht's, Männer! Und jetzt aber starten! Auf geht's!